Moin und hallo zu Hamburg. Der Tag ist es Dienstag, der 12. November und wir blicken natürlich wieder zurück auf die wichtigsten Entwicklungen des Tages und auf alles, worüber Hamburg im Moment redet. Und wir beginnen direkt mit unserem Thema des Tages. Nach dem Bruch der Ampelkoalition steht nun ein Termin für die Neuwahlen fest. Am Freitag, dem 23. Februar, wird voraussichtlich ein neuer Bundestag gewählt. Die Fraktionen von Union und SPD haben sich auf diesen Termin verständigt, geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Auch Grüne und FDP sollen den Termin mittragen. Bundeskanzler Olaf Scholz will offenbar am 16. Dezember die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Der Termin für die Bundestagswahl ist damit genau eine Woche vor den in Hamburg anstehenden Bürgerschaftswahlen. Da liegt die Vermutung nahe, dass die Bürgerschaftswahlen um eine Woche nach vorne verlegt werden. Dem hat Senatssprecher Marcel Schweitzer nun in der Landespressekonferenz mehr oder weniger eine Absage erteilt. Die Wahl der hamburgischen Bürgerschaft soll nicht zugunsten der Bundestagswahl verschoben werden. Hamburg ist eine Stadt, die seit vielen Jahren gut, solide, sicher regiert wird. Es gibt in Berlin eine komplett andere Situation seit einigen Tagen, die sehr viel Unruhe bedeutet. Vielleicht deutet das ein bisschen darauf hin, dass wir in Hamburg eigentlich kein Interesse haben, jetzt noch für mehr Unruhe zu sorgen, sondern wir kennen unseren Wahltermin, wir haben bestimmte Fristen. Der Landeswahlleiter hat sich dazu in den vergangenen Tagen auch sehr gut geäußert. Wir wollen doch jetzt nicht mehr Unruhe schaffen als üblich. Hamburg ist Hamburg, Berlin ist Berlin. Wir haben darüber gesprochen, welche Gesetzgebungsverfahren auf Länderebene oder aus Sicht Hamburgs unbedingt noch vom Bundestag beschlossen werden sollten. Denken Sie zum Beispiel an die Sicherung des Bundesverfassungsgerichtes vor Verfassungsfeinden. Das war uns wichtig, das auch gut nach Berlin spielen zu können. Hamburg ist sortiert, es kommt, wie es kommt. Und wir haben nicht darüber diskutiert, ob das jetzt nochmal verschoben werden sollte oder nicht. Ich denke, dass das erstmal so der Stand ist, den ich jetzt so vermelden kann. Und wir kommen zu unserem nächsten Thema. 112,5 Millionen Euro hat die Stadt Hamburg in den Kauf eines Gebäudes am Gerhard-Hauptmann-Platz investiert. Das Gebäude war Teil der Insolvenzmasse eines Tochterunternehmens der Insolventen-Signer-Gruppe. Bisheriger Hauptmieter ist die Hamburg Commercial Bank, die in den nächsten Jahren ihren Hauptsitz aber an einen neuen Standort verlegen möchte. Die im unteren Bereich befindliche Einkaufspassage Perle Hamburg soll weiter dort bleiben können. Die frei werdenden Flächen will die Stadt künftig selbst nutzen. Wie genau, das steht zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Doch nun soll geprüft werden, ob dort möglicherweise das schon seit langem angekündigte Haus der digitalen Welt entstehen könnte. Also in der Tat freuen wir uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt an einem konkreten Standort Überlegungen weiter voranzutreiben und zu vertiefen, die wir seit fünf Jahren im Prinzip ja schon miteinander bewegen. Sie wissen alle, dass wir vor ziemlich genau fünf Jahren angekündigt haben, dass wir ein Haus der digitalen Welt in Hamburg errichten wollen, dass wir einen Ort schaffen wollen, der über das, was die Bücherhallen in ihrer Zentralbibliothek am Hühnerposten entwickelt haben, also wirklich einen Begegnungsraum zu schaffen, der Hunderttausende pro Jahr anzieht, die sich dort aufhalten, die eben nicht nur reingehen und sich mal ein Buch ausleihen, sondern tatsächlich das wirklich zu einem dritten Ort machen, der sich mit Leben füllt und wirklich zu einem öffentlichen Begegnungsraum wird. Das nochmal konzeptionell von Grund auf neu zu denken, erweitert zu denken, die Volkshochschule mit hinzuzunehmen als Partner, das Jugend- und Schulinformationszentrum der Schulbehörde mit hinzuzunehmen, Partnerinnen und Partner aus der universitären Informatik mit hinzuzunehmen und tatsächlich einen Ort zu entwickeln und zu schaffen, an dem wir sagen, das ist ein Begegnungs-, Informations- und Kommunikationsraum für die gesamte Stadtgesellschaft, der sich in hochzentraler innerstädtischer Lage befindet und insofern tatsächlich wirklich so etwas wie einen öffentlichen Begegnungsraum. Wir haben ja vom Wohnzimmer der Stadt gesprochen, das sich dort entwickeln könnte, neu schaffen sollte. Ja und damit kommen wir noch zu weiteren Meldungen aus unserer Stadt im Nachrichtenüberblick. Geinigt Nach 18 Stunden Verhandlungen haben Arbeitgeber und Gewerkschaft am Dienstag in Hamburg einen Tarifabschluss für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie erzielt. Sie erhalten 5,1% mehr Lohn. Diese soll stufenweise erfolgen. Zudem soll eine Einmalzahlung von 600 Euro bis Ende Februar erfolgen. Die Auszubildenden bekommen eine Erhöhung von 140 Euro pro Monat ab dem kommenden Jahr. Die Hamburger Bischofin Kirsten Fers ist die neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Nordkirche gratulierte der 63-Jährigen am Dienstag zur Wahl. Sie erhielt 97 von 130 Stimmen der Mitglieder des Kirchenparlaments sowie der Delegierten der 20 Landeskirchen, die in der Kirchenkonferenz organisiert sind. Dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland gehört Fers seit 2015 an. Seit 2011 ist sie Bischofin in Hamburg. In dieser Zeit hat sie sich immer wieder als eine der wichtigsten Stimmen im Kampf gegen sexualisierte Gewalt in der Kirche positioniert. Ihre Initiativen zur Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt und ihr Einsatz für Prävention und wirksame Schutzkonzepte sind beispielhaft und bundesweit von Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung der Nordkirche. Durchsuchungen in Hamburg Am Dienstag haben Ermittler des Landeskriminalamtes Wohnungen durchsucht. Die tatverdächtigen Männer und Frauen im Alter von 18 bis 67 Jahren stehen im Verdacht, sich durch Äußerungen auf verschiedenen Online-Plattformen strafbar gemacht zu haben, teilte die Bundespolizei mit. Die Durchsuchungen erfolgten in voneinander unabhängigen Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung und antisemitischen Straftaten. Bei den Durchsuchungen wurde Beweismaterial sichergestellt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet. Wer auf Hasspostings im Netz stößt oder selbst Opfer wird, soll dies umgehend bei der Polizei anzeigen. Und damit kommen wir noch zum Sport. Der Curling-Club Hamburg hat am Wochenende die 76. Ausgabe des Hafen-Hamburg-Pokals ausgetragen. Und zwar bei sich in der Curling-Halle in Stellingen. Wie das abgelaufen ist und was das Besondere an diesem Pokal ist, hat sich Kevin Kaschner für uns angeschaut. Die Halle des Curling-Clubs Hamburg ist eine der einzigen beiden reinen Curling-Hallen Deutschlands. Kein Wunder, dass zahlreiche Teams anreisen, wenn der CC Hamburg zum traditionellen Hafen-Hamburg-Pokal einlädt. Auch in diesem Jahr war die Nachfrage groß. Organisatorin Sabine Belkofer-Krönert, die 2002 bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City mit dem deutschen Team Platz 5 belegte, zeigte sich von der Ausrichtung begeistert. Auch wenn das Turnier mittlerweile etwas kleiner ist. Wir haben das irgendwann mal reduziert. Wir haben sonst immer 32 Teams gehabt. Da ist aber eben dieser Organisationsaufwand enorm hoch und wir haben gesagt, wir wollen es ein bisschen gemütlicher machen. Deshalb 24. Hatten dieses Jahr tatsächlich nur vier Nationen. Das ist für uns eigentlich relativ wenig. Dafür aber eine riesen Schweizer Brigade mit acht Mannschaften. Die Stimmung in der Halle war derweil ungemindert groß. Vielleicht auch, weil mit dem Team des CC Hamburgs und den Glashoch-Rangers zwei Top-Teams im Finale standen und sich ein enges Match lieferten. Bis zum letzten Durchgang stand die Partie auf der Kippe. Aber nicht nur das spielerische Geschehen ist beim Hafen-Hamburg-Pokal einzigartig. Denn das Turnier wird noch richtig traditionell ausgerichtet. Das heißt, dass wir eben am Sonnabend immer einen Bankettabend organisieren, wo alle dann zusammenkommen, sich vielleicht auch so ein bisschen netter anziehen und man gepflegt ist und einfach ein bisschen Spaß hat. Das gibt es relativ wenig noch, weil die meisten, also auch vor allem die Turniere, wo es Preisgelder zu verteilen gibt, die machen eigentlich nur noch Curling und die reisen an und reisen ab und machen eigentlich nichts mehr gemeinsam. Und wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen ein klassisches Curling-Turnier hier in der Hansestadt behalten. Das bedeutet auch, dass auf Schiedsrichter verzichtet wird. Fairness ist im Geiste des Curlings das Wichtigste. Auch wenn es zu kritischen Entscheidungen kommt, wie im Finale. Der letzte Stein der Partie sorgte für eine hauchdünne Situation. Letztlich musste nachgewessen werden. Auch das übernahmen die Spieler. Und das Maß fiel zugunsten des CC Hamburgs aus. So gewann das Team um Skip Felix Schulze das traditionelle Turnier. Und lud, wie die Tradition es so möchte, die Zweitplatzierten im Anschluss zum Getränk ein. Der Geldgewinn wurde an die Jugendarbeit des Vereins gespendet. Der Name der Sieger wird in Kürze auf dem Rahmen des Bildes im Clubheim eingraviert. Und schon jetzt freuen sich alle auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr. Beendet wurde das Turnier übrigens mit einer weiteren Tradition. Der Indoor-Version eines Feuerwerkes. Ja und das war es vom Sport und damit auch von Hamburg der Tag für den Moment. Ihnen nun einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017